Konzept, das ist ein Konzept, dann habe, habe in der zweiten Stelle, das ist so richtig. Was kann man noch sagen? Ich trinke Kaffee morgens vor meinem Deutsch. Ich trinke Kaffee morgens vor meinem Deutschkuss. Okay, ich trinke Kaffee morgens vor meinem Deutschkuss. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 kopieren, wenn nicht schlecht. Und dann schreibe ich gleichzeitig Tabelle der unbestimmten Artikel. Diese zwei Tabellen. Ja, so. Zwei Tabelle, ja. Einmal bestimmte Artikel, einmal unbestimmt. Lernen Sie extra. Noch einmal muss ich schauen, wenn es um eine Korrektur geht, korrigiere ich. Und dann können Sie, wenn Sie wollen, ein Foto machen. In einer Seite. Tabelle der bestimmten Artikel. Der Mann, das Kind. Hier muss man klein machen. Alles schreiben Sie klein. Der Mann, das Kind, die Frau, die Mensch. auch die Frau, das Kind, die Frau, die Frau. Oh, das ist ein Türkisch genaar von Frau. Ja? Und Sergei hat ein Russian genaar von Frau. Ja? Für meine. Oh, das ist vielleicht. Danke schön Frau Kudekstern. Ich schreibe die Präzents. 5-Jungen in der Zeit der Zeit der Zeit der Zeit der Zeit. A mysterious Zeit der Zeit der Zeit der Zeit der Zeit. Ich will es kaufen, ich will es kaufen, ich werde es kaufen, ich werde es kaufen.